Ein ganz normaler Tag. Als ich heute Morgen aufstand, war mir fröhlich zumute. Ich sprang aus dem Bett, machte mir einen Kaffee und aß einen Apfel. Ich wusste gar nicht, wie mein Arbeitstag werden würde, doch ich war zuversichtlich. Ja, das wird schon werden. Auf dem Weg zur Arbeit kam mir der Gedanke, dass ich eigentlich gar nichts tun müsste heute. Ich könnte hier jetzt aussteigen, mich auf den Bürgersteig legen und dort so lange in die Wolken starren, wie es mir gefällt. Doch das System hat etwas dagegen. Ich würde komisch angeguckt werden, würde auf der Arbeit einen Riesenärger bekommen und womöglich würde sogar die Polizei kommen. Doch wollte ich auch selber etwas aus meinem Tag machen. Nur herumliegen wäre eine Zeitverschwendung. Wie Konzi immer sagte, obwohl einfach zu existieren und nicht zu tun ja eigentlich doch das Natürlichste der Welt ist. Aber so wurde es mir eingetrichtert. Auf Arbeit ankommen, schmiss mir Kossi und die Sekretärin erstmal einen riesigen Haufen Papier auf den Schreibtisch. Fertig machen! Roski und ich verstanden uns gut, aber was sollte sie machen? Arbeit ist Arbeit. Ich wackelte mich also durch die teils komplett sinnfreien Rechnungen. Aber was war denn die Alternative? Sie ermahnte mich, wenn ich träumte. Ich freute mich auf die Mittagspause, in der ich plötzlich nur in der Kantine saß und an die Wand starrte. Die Kollegen, mit denen ich mich gut verstand, waren alle wieder in ihrer Arbeit vertieft. Und wenn es normal lief, besprach man am Nachmittag immer die Arbeitsergebnisse des Morgens. Ich saß mit Kossi und zwei anderen Jungs um einen Konferenztisch und spielte Karten. Wir beschlossen, zusammen die Zeit totzuschlagen. Es waren immer zwei Stunden angesetzt. Doch hatten wir immer in kürzester Zeit schon alles besprochen und versuchten dann nur noch die Zeit totzuschlagen. Kossi machte zwar den kleinen Versuch, uns auf die Arbeit hinzuweisen, doch fügte sie sich zu uns schnell. Beförderung gab es so gut wie nie, weshalb wir auch keine besonderen Ehrgeiz hatten, etwas zu tun. Ich mochte die drei, doch waren sie eher ein Mittel zum Zweck, den Tag durchstehen. Wieso war ich heute Morgen eigentlich so gut gelaunt? Was bringt das alles hier? Tragen wir so ein Teil zur Gesellschaft bei, wie uns von diesen albernen Motivationsrichtern jedes Jahr eingeprägt wird? Obwohl er ja nicht. Aber wenn er schon mal da ist, können wir auch das Beste draus machen, oder? Es ging Kossier doch nicht. Die beiden anderen Jungs hatten Überstunden. Sie waren froh um das Kartenspiel, was sich ihnen da ließ. Macht nichts. Ich hatte es selber mal gefunden. Nichts plus eins, minus eins macht wieder nichts. Endlich zu Hause. Den ganzen Tag hatte ich mich darauf gefreut, mit meinem Bier vor der Glotze zu liegen. Doch als es dann soweit war, brachte ich es nicht die erwartete Befriedigung. Was jetzt? Zu spät, um Freunde anzurufen oder etwas nennen wir jetzt anzufangen? Also tat ich weiter nichts. Ich freute mich schon aufs Schlafen gehen. Doch war es erst sieben Uhr und irgendwas musste ich ja wohl noch tun. Mein Arbeitstag war anstrengend. Was habe ich eigentlich getan heute? Mein Selbstschutz gegen diese Frage lautet, mein Geld verdient. Doch hatte ich es verdient? Unzufrieden ging ich zu Bett. Endlich Ruhe von dem ganzen Mist. Ich habe nichts Großes geändert. Wäre ich doch heute Morgen liegen geblieben. Und dann kann ich es jemanden. Ich muss ja noch nicht schließen. Und dann habe ich es nicht geändert. Was ist mir immer noch passiert.